Unter der Graz-Aradecki-Brücke wurden die internationalen österreichischen Meister im Kajak Freestyle geführt. Bester Österreicher wird Daniel Steigl, ein Tiroler Nachwuchsfahrer auf Platz 4. Den Sieg im Starterfeld aus sechs Nationen holt sich der Slowake Peter Czomka mit einer beeindruckenden 45-Sekunden-Demonstration. Und in einigen Duellen, mit denen sogar aus Großbritannien angereisten Teilnehmern, erweist sich die Muhr als klare Siegerin.